es ist mir gerade ist aufgefallen was das schießt es nicht mal guck mal die richtig orgasmig richtig aus dann will der bus bitte kommen keine ahnung also ich bin schon gekocht also ich will mir es einfach zu karten ich kann ich komme nicht ich schwirme in der falsche wäschung egal wie heißt die mutter von kitty korn da hat der mann nur weil du bist du und sohn ich darf leidigen face panda nilab face panda den letzten alles einzulangeburtstag und du und Momo auf jeden fall. Warum nicht den ganzen Plan? Hätte ich gemacht. Also mache ich. Weil ich wollte nicht viele. So. Ja ja. Okay, so viele sind wir jetzt auch nicht, ne? Ja ja ja. Und da kommen ja noch 3.000 Leute von meiner Familie, du weißt, unsere Familie, 5.000 Leute. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, wenn noch so eine Familie und so noch kommt. Ja, deswegen. Momo ist safe. Du wusste ich ja noch nicht, weil, ich dachte, er ist der Streit ist richtig ernst, aber dann, ja, aber einfach nur wieder falsch verstanden ist. Jetzt, weißt du ja, ja, ich hab auch noch lange. Ja, ich hab so gläsert. Okay, der war zwar auf Seilbahn, aber trotzdem. Seilbahn, wenn man da alles trifft ist, ist eigentlich auch schon klar. Er kam gerade von der Seilbahn, der hat noch Hits bekommen. Mein Gott, ja, ich hab keine Messe, was euch machen. Oh mein Gott, ey, der ist ein One-Shot. Er hat 3 HP oder so. Und ich kann hier nicht weg, weil hier überall ist. Ich hab, warum hab ich den Handlanger getürzt, der Handlanger hat mir jetzt so gefickt. Das arriviert, da gibt es. Ich hab, wie es macht so viel Geld. Ich hab' ihn. 46er Headshot gegeben und lift. wir können ja direkt hier also ist nicht so schlimm ich bin ich ich bin also scheiße dass man so lange für die dinge braucht und dass er sich auch angeschlichen habe ich habe nicht mehr sind selbst hören ja schluss k 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 ich glaube ich hab mein fuß verstaucht oder weil ich klein war ich glaube als ich in der dritten war war das glaube ich habe ich meinen fuß verstaucht und musste drei tage lange wohnzüberschlafen weil ich mein fuß nicht bewegen kommt und der jetzt das genauso wie wie davor war nur da nicht mein ganzer fuß tut wie sondern nur der knochenrechts durch eine verstaucht hat alles klar der mutter war schon so oft irgendwas verstaucht ich kann mich nicht jetzt mich neugierig wo wir das dann aussieht als ob da was reingefallen ist man sonst was ja aber als youtube war so alles so leicht weil du musst eigentlich nur zu hause bleiben die ganze zeit live stream denn die miete bezahlen mit dem geld und einkaufen gehen sagen wir mal pewdiepie der kriegt zehn millionen euro pro video okay der hat auch eine villa der bestimmt 500.000 milliarden die ganze zeit auf 1 ganze zeit die geist beschädigte meine endet das ist schon bild aller guckt auf stream wer ist jetzt on stream hast du vorhin gesehen also ist richtig angekündigt mit dem sitzen lass mal wöcheln willst du weiter gehen kann kennst du das lied ja wohin willst du wenn du so ein hu und so bist wohin ist kein bluten geht es ist ob du fällst oder nicht ist mir egal egal ich gehe nach und ich krieg voll schaden la 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 ich habe ich das könnte das was du gesagt ich habe schon ich xx tentation xx habt jules hat so ein komplex weg das weg ist ja ja warte wo ist die karte ich sehe die karte nicht scheiß auf karte ich habe ich habe die jetzt noch raus und verpüsst dich ich wir treffen uns auf der mauer auf der lauer sitzen keine wahl auf der lauer sitzen keine wendung der mich gerade töten will du keine schlucken sind ich denke ich jetzt ins gesicht ob du willst oder nicht das haben sie aber sehr gut gereicht der gegner verfolgt und damit habe kein märz noch nicht es war jetzt spielt die kleinen kind alter und läuft dann zu sehr so hast du dann nämlich ich habe selber nur neun deswegen kann ich hier gehen ich wollte einmal den glöbel weil ich sonst immer die torme kriege ja eine stunde kein ding für den king juli meister kennst du diesen ein der riemen meistens richtig ist das faktor du hast ein schmutzgericht auf den vergewaltigung hast du holz ich habe kein holz außer 24 ich habe 39 das reicht ha ha abgezogen eine karte von nein nein wenn der eine wenn ich dann gehe ich mit der blabler dahin und geben es doch bitte 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 bekommen ich kann mir den beginnig können muss ich mit dem waffenspiel ich habe das ist so schwer jetzt gehen die nur wenn in das gewinnt also keine ahnung bleiben da die ganze jetzt drin die gespielt entgehen der eine mit dem blaue es sind die um ein grau bist du kleiner holen so beide schildbreak ich habe keine karte mein name hast du das gesehen Guck mal was ist falsch, Boss erhält nur noch die Pomp. Spielen wir Teams? Oh, Team Team. Aber wie hat der doch so viel, dass du schnell so... Ach, Digger. PEPPARUT. Hey, ich kann richtig laut Musiker machen, ne? Aha, mein Geburtsdorf, ne? Ich verbinde mich mit meiner Lampe. Ich mach so laut Musik an, dass du machbar sagen. Orgasmus. Was? Was ist die Chris? Nur so, dass es meine Lampe, die 3 Meter weg ist. Na, was war da? 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 Nigger, das ist auf... Es ist auf 1%! Fuck. Oh, you dumb. Stupid, oh dumb. Ha? Nigger, mach so. Hättest du jetzt noch gestreamt, wäre das so peinlich, ne? Oder, ne, du hättest einen Copyright strike bekommen. Woll ich grad sagen, die würde ich direkt gebannt. Drei. Boah, stimmt, du hast hier gebannt. Ja, und das 5 Euro. Ich hab noch 10 Euro und ich bin dann überlegen, ob ich mir ein größeres Mausbett holen. Äh... Wo willst du größer haben, wenn... Ah, du hast ja am Ende so ganz wenig, ne? Hm, oben und unten fehlt mir auch. Ja, stimmt. Also am meisten. Also ich hab ja jetzt 80 mal 30. Ich wollte mir 90 mal 40 schon. Ich hab halt grad nur 10 Euro und mehr ist halt zu teuer, weißt du? Ja. Sonst, also... Ich kann zwar versuchen mal im Monat zu überreden, aber ich glaub nicht, dass ich ein größeres krieg, weil ich krieg einen größeren Tisch, aber trotzdem denk ich eher nicht. Ich schneide deine PS4 so ein kleines Stück ab und sagt PS4 ist ein Mini-Teil 5 Euro. gut ist How to load So stark, oh Sonic! Komm, komm mal아니, du wirst er уш explainant, du wirst beglettet das bis nichts weiter undINT MI 태 retiren für die Arters und Schritt 3. ich habe so ein volumen booster soll ich mal an machen wie die lampe normal schafft also was das lauteste von der lampe ist und dann mit dem booster das ist mit der namen ohne booster also ganz leise hörst du glaube ich gar nicht doch ja und das ist mit dem booster der für eine lampe ist das so krass digga ja aber an den lampe generellen musik haben wir doch einen kompletten raum hast du halt wo sie das ist ja ja und das kann man ja dann mir war halt nur an lautesten wenn du jetzt hier zockst das ist nicht wenn du jetzt mal ein bett schützt oder so ja es ist eigentlich der ding die lampe ist halt mitten im raum und ich kann behalten an machen und überall ist gleich laut ich bin in der toilette mach einfach auch full und ich höre das ja alles klar jules ist direkt in mir und meine karte verpiste ich ja mache ich einfach irgendwo nirgends mach ich auch warte ich sortiere ich meine winter und geht zur kiste auch mal sagt auch das ist das beste trio weltweit ist einfach spieler die sind nicht normal ich glaube ey weißt du was glaubst du bei den nächsten world cup gewinnt ich habe irgendwie eine vermutung dass ernsthaft jetzt mal realtor benji wenn ich habe irgendwie eine vermutung dass bürger zweiter sein wird und der erste ein punkt mehr hat ich werde das komplexe wenn sie mit komplett weit als erstes sein da wahrscheinlich auch program und klar weil er ist halt generell und danach das ist das ist mir jetzt versichert aber ich denke wirklich dass man gerade es schafft wird zu werden ich glaube man kann gerade wenn ich dann ist ein scheiß ich glaube es war ein mongal mongal hat der kennt dieses gefühl nicht nein aber wenn er wenn ich im mongal sie und dann bei dir denke dass wir 11 wenn wir elf leute zugucken oder sonst schon so ein scheiß oder ich darf eigentlich gar nicht zugucken weil wenn ich zugucken verliert der direkt ja bei mir geht das jetzt schon wieder ja weil ich muss eigentlich dran gewöhnt weil ich hab gerade ja ich denke ich bin es halt hätte ich jetzt schon auf die chef es könnte ich die sing spielen sowas ohne das hat weg und schliebe als der haus und sie gehabt dass wir mit mir jetzt einfach weg kann ja weil dann gucken wir ja auch immer so viele sohn so weißt du danke dass wir so eine waffe da lässt du noch etwas anderes ja ich wollte eigentlich eigentlich nur abhauen dann hat man natürlich keine herren und ich kann mir nichts geben ich habe keine herren und ich kann dir nichts das ist einfach zu denen dann versuchen sie die sökern wenn ich dann halt nicht Das ist jetzt totes hier abgezählt. Hatschot. Habe einen noch? Ja, von der Seite, hier ist nur noch. Ja, Digger, irgend so'n Scheiß-Solo muss wieder abgestauen kommen. Ey, komm, stell dir einen Solo nicht, dass der abhaut mit meinem Grappler. Mit deinem Grappler, oh, fuck. Ja, guck mal, der ist auch Hurensohn. Das passiert doch nur dir, ne? Oh mein Gott. Was? Ja, klar. Oh, 7 HP. Ja, das ist immer noch Teams, oder warum ist er so frede? Das fähle ich auch nicht. Wie? Wann? Guck mal, von wo kam er jetzt? Digger, wenn ich Standard-Skill zugucke, Solo vs. Team spielt er und er kriegt nur Bots. Trotz, wir spielen Duos, wir kriegen nur Schwitzer. Wir kriegen Duos oder Duos auch nur Schwitzer. Ja, das ist wirklich ein Skill bei Smash-Fake. Ähm, Faking-Dings, weil, guck mal, Standard-Skill. Er spielt nie im Public, nur wenn der Videos macht. Ja, er ist, ist jetzt nicht gut, ne? Ich kann es ja easy durchtreten. Er ist nicht gut und nicht schlecht, äh, so, dass dazwischen. Ja, ja, guck. Und, ähm, er spielt halt nie, äh, Public. Deswegen kriegt er auch nicht so Schwitzer, das ist halt das Ding. Ja, aber ich, wer ich vor, also wer hätte ich vorne helfen, hätte ich ja so gemacht, so, desto länger du spielst und desto krasser du spielst, das bedeutet so krassere, äh, Trickshots oder so, du machst, desto höher würde ich das machen, das wird welch mit schmecken. Ja, ja, genau so einfach wie du spielst, einfach dir Gegner. Digga, dieses Spiel, Spiel, Milliarden von Leuten. Digga, es ist, es muss mindestens, musst du doch wenigstens in eine Lobby kommen, die, äh, genau, äh, gleichgute, äh, ja. Du kriegst nur bessere oder schlechtere. Guck mal den Wort an. Wann lass mich, lass mich. Du kennst du, was denkst du, wenn du bist, ich fick deine Mutter mit keinem Mist. Denkst du, klatschen, hab ich nicht? Hm. Spack hier. Soll ich auf Ehrenlos machen, irgendwo anders landen? Zum Beispiel sollte ich durchnehmen und dann zur Töte gehen. Bis das ist es los. Bis das ist es los. Und ganz schnell. 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 Oder geh du da lud nicht, ich komme mit dem Heli bei Töte und dann hole ich dich ab. Dann, ja. Hä, wir wurden gerade angezeigt, dass hier noch der Schubel ist. Hä? Herr Frugel, äh, Strugel funktionieren ja auch schon wieder. Hier, du voll hier. Fangen wir an, erstes noch des Tages. Hä? 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 Er ist hier. Der Sniper er ist. Der Sniper, der Sniper den Hat ihn gesnippt. 10.000 Kilometer. Hey! Oh, ey, der ist so dumm. Ohne Drohne. Ach! Wie? Ich hab' ich, ich dachte, der springt auf und auf einfach auf die, auf der, auf der, auf der Ali ist oben. das lud ich auch noch ein bisschen und dann gehen wir aber das kleiden verkleiden kann man muss man hier nicht ja das wird anders gemacht haha ich höre nur haha fb open house da muss ich mich schnell verstecken haha ich habe eine granate entweder wir sterben beide oder du stirbst so ich kriege ich kann nicht fliegen der der scheiße in die kopf ist jetzt schon ja weil ich den davor als die fresse die fresse oder die fresse oder er wurde gerade wie boot und wird direkt gescheitert ist auch schon nein nein er hat eine gute ach so er geht nur als die tolle gern gehört der bruder ich habe so ein bruder da aber gut ich bin nie hier ich bin nie hier hatte und jetzt einfach einfach schutzbauen hier hast du vielleicht das ist ja vor zu denken wir haben den so hops genommene ich habe ich habe den abgelaufen hast du mich erschrocken was passiert hat nur links bekommt jungen alter was ich erschrocken habe ich habe ich habe mich jetzt sogar schocken das hinter mir oder so und das ist die dinger sind aus wer hat es gemacht hier hildegard kommt hildegard kommt ich gehe mit smg du mit kam okay oder wie bei dann geht du vor weil du hast ja er hat mich geht Hint! Ey, dieser Hure Zoni! Verpiss dich, Dinger! Oh, Junge! Hab ihn hit? Hab ihn shoot break? Ey, was soll er da machen? Dinger! Ey, da muss man tanzen, Dinger! Digga! Digga, der Arme! Ja, der Arme, Digga! Er spielt gechillt so, nur was ist du und wird so voll gesprayt, ey, Digga! Nein, der hat du und spielt! Selb, selb! Alter, der Arme! Oh, der schöne Multi-Peklator! Ja, du, ne, du! Ja, du hast ja eh Dings, also... Das war schon schlau, wenn ich jetzt nicht wieder... Ähm... Ich kann auch gar keine Videos mehr so aufnehmen! Wenn wir die ganze Zeit am Anfang stellen, aber jetzt... Ähm, was da? Ähm... Irgendein Mini! Irgend so! Was vielleicht hier? Ja, du kriegst noch die Monizum fertig! Äh, ich habe 6 und ich kann jetzt nachlassen, habe ich 3. Ja, nein, das stimmt, ich habe 4. Scheiße! Halt mal da hinten! Au! 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 Er guckt mir die ganze Zeit schon, ne? Pfff, ne Fliege ist fast in meinem Mund geflogen! Nächster mal ne Fliege auf meine... Auf mein, äh... Wer ist auf meine Zunge geflogen? Digga, ich habe die einzelnen Augen mit meiner Zunge gespürt! Äh! Oh Mann! Digga, du musst dir das mal vorstellen! Digga, ich habe gestern beim Fahrradfahren eine Fliege gefressen! Das ist schlimm! Ja, wirklich! Ey, Junge! Weißt du, welche Feeling mir die Haus gibt? Ah, dieses Haus! Ah, dieses Haus! Ah, dieses Haus! Ich gehe den Befuss noch! Okay, ich bin hier Sturzfall, damit ich schnell zu dir komme! Okay! Und ich fliege! Ich fliege! Ich fliege! Ich komme mit Jumper! Oh, was? Ja, das sind zwei... Einer hat tot! Okay... Ich hab keinen Sinn, ich hab keinen Mond! Ich will meine doch... Digga, ich hab das noch, was ich nicht tun wollte! Digga, wir haben beide das genommen, was wir nicht wollten! einfach unterschießen oder oh mein gott du kannst du jetzt holen ich habe ja ich habe reingeschissen also hier steht auch irgendwo ich versuche mich nicht zu holen ich habe bekommen aber ich habe keine menschmehr das ist wieder kurz ich nehme kurz ein bisschen verwendet er hat so ein bot da kann man nichts machen und hat keine menschen da habe ich bekommen dann hat sexuellen mutter ich habe ich habe ich bin denn meine minis nicht genommen hat hatte ich noch nicht ok nein meine ministen wird am liebsten würde ich abhauen ja habe ich mir zu 1.000 prozent controller zu 1.000 prozent ja merkt man weil er schon die tasten so wechselt ja guck mal wie der sich dreht das ist auf 2.000 meist ja oder der hat sich schon ein ist ist nur mal geholt digga mit meinem ist nicht von 100 auf 200 aber ich weiß wie meine freunde sich jetzt fühlen weil im kreativ laser ich die auch immer so in kreativ ist in der schadstoff dann in komplett anders als wie man ist so ich habe voll mit juell mit der schadstoff kreativ gespielt die ganze ich habe so reingeschissen aber weiss denn so in solodur suche ich so habe in dieser form der kreativ kompetenzen ich habe mit linas freund habe ich wer ist das spiel wie sie gespielt digga ich schaue 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 man kann mit schaue schaue nix gegen und machen erster fangen als erste spieler mit ein gegenstand in einer angelgabe jetzt bin ich krass na was klauen boom digga was willst du jetzt boom schade alles 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 ein bisschen machen 25.000 xp hier ist eine statu da und da und da das ist aber schon aus dem mund ich glaube es wird irgendein live event mit deadpool passieren weißt was ich denke ganz du weißt was ich denke der kit ist ja so lang der kleine muskelkater na ja und das ist ja sein sohn sag ich jetzt mal und ich denke dass kids hat die mythische pump muskelkater gegeben und muskelkater dann deadpool ich habe keine waffe weil ich denke dass kids die uhren pump muskelkater gegen muskelkater deadpool bedroht und dann hat er seine yacht kaputt gemacht und jetzt ist die kaputt verschießt gesicht rein er sieht nicht und er sagt was willst du ich will den schock ich habe keine ohren er hat zu wichtig geschaut ich habe gesagt ich doch macht sich nicht ja der ist noch nie süßig ich schlafe alles alter das ist immer so geil mit ria wenn die das weißt du kennst du diesen eintritt wo der so in fahrschule ist das die ganze zeit sehen die da so mit waffen oder so stehen ich habe sie gerade getroffen das ist mein muskel das ist mein normales wo ist das resort da ist der ich habe das ganze ich bin die ganze zeit daran gelaufen das ist eine gute sache ich weiß nicht was wir genau mein geburtstag machen soll weil ich glaube eine mutter wird essen auf dem tisch machen das deswegen braucht und dann werden wir einfach die ganze zeit die wird wahrscheinlich so viel essen machen dass wir die ganze zeit essen und dann können wir eigentlich alles machen was ich habe ich habe ich brauche das nicht okay das klingt sehr pervers nein die munitions weggebracht du bist so eine richtige linie hat egal die legt auch mal falsch das hat nicht von mir ich habe die so erzogen so digga ach so jetzt kannst du das hochladen ohne die musik ich hab drei ich habe auch drei ja dann du die und ich nehme ich habe schon drei in dem zeit noch ein so man immer weil man hört sich selber ja also man hört zum beispiel du du man hört sich selber also zum beispiel ich höre mich von selber von innen das bedeutet über die stimme innen ist anders als draußen geschichten also höre ich mich eigentlich als mit aufrechter noch nein das bedeutet deine ohren hören deine stimme aber weil die stimme weil deine stimme ja drinnen ist weil drin die organe sind da hörst du dich von innen mehr als von außen und dann wird das gemischt wenn du denkst dann hörst du deine eigene stimme ja wenn man so redet man hat ja immer seine eigene stimme ja 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 und so ist eigentlich voll geil also meine stimme so eigentlich voll geil aber das war immer das kann ja keiner hören der eine frage was ist da die ganze zeit ach so das ist der helikopter ach bis der boost aufgeladen ist ach so der sagt mir doch direkt ja 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 und schon ist ja du willst du fliegst aus der sohn das ist meine das darf ich dich nicht aufladen ich sehe schon nachher auf instagram tiktok alter er warte mal flieg du weil ich habe ein sniper die ganze zeit gedrückt nichts passiert ja ich weiß es ist für ihn nein nein hallo xp ich habe ich habe holz bekommen ich habe ich dir das war zu viel weg fliegen weg fliegen weg fliegen das klusen Halligell, lass Busen! Halligell, ich hab Busen! Das glaub ich nicht! Wer weiß! Lass mal ein bisschen da hinfliegen, ich will mal versuchen, ein zu snappen. Du tust, wie du gedreht bist, Alter. Ja, scheiß drauf. Egal, lass einfach. Das ist einfach. Fliegen, na, 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 na. Oh mein Gott, der ist immer grad gestorben, der hieß, sorry, Ehre entbendet. Oh, oh, ey, 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 yo! Hit, 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 hit! Ich hab ihn mit'n Heli geholt. Flüchtig! Das... Das Ding ist, ich hab den White geschossen, damit du... Ey, Digga, der arme, Alter. Wirklich der, äh, der da steig ich definitiv auch. Ich hab' der White geschossen mit der AUG. Und dann noch mal mit Heli, Digga, das ist ja Koppel... Er konnte noch nicht mal irgendwas machen, Digga, der ist einfach verreckt. Hatte gar keine Chance. Warte, lass mal die Minister. Ja, oder so. Pass auf, das hat ein Timelimit, ne? ich hab's nicht weil ich glaube ich kenne ich kenne ich kenne ich kenne das weil du gold hat war eine rolex ist ganz so besonder frei und er weiter kann ich dieses niedlich scheiße egal das ist so schwer aber leichter das ist schwer ist opfer kann ich jetzt bitte stein haben und mittel so stimmt keine sorge vom mitteil kriegst du schon mehr ey guck mal das ding ist meine mutter hat mir angeboten controller ich hab ja gesagt ja ich brauche ja kein spiel ja eh auf ps4 ne also den mit warster saturn ich bereue es gerade dezent weil irgendwie habe ich wieder bock mal auf warster saturn auf controller zu spielen weißt du wenn die ich werde ich werde bisschen üben dass ich einigermaßen gut bin und wenn der exo folie wird sein controller ein botan zu kommen nämlich den controller und dann gebe ich den brett einfach 10.000 flicks hattest du hast du den ich habe den dahingehend toll ich bin auch so schlau ich habe viel gedrückt aber es hat gemerkt und deswegen konnte ich dir nicht mehr da sind weg und der eine vergewaltigt gerade den rei ich kann die nicht aber jetzt kann ich sie nehmen aber man kann ihn nur nehmen wenn man gegen den gegen was eintauscht hat ja macht doch so nein doch wenn ich hatten ja noch einen platz egal ich bin so geschüttet von dem zeichen ich gehe dahin dort sehe ich keine mehr weil er so schnell sind hier war ein feed die waren feed da ist ja ja mann ich ja hier waren feed hier vorne und dann dann lassen ich habe keine snapper habe einen lockten und kommt selbstständig der war und schon ich habe ich habe ihn zwar jetzt gegeben hat schon schlippel ich habe mich hier ground einer noch ich dachte ich dachte er war doch er war doch wohl direkt hat die geld auf kursen der ist so wohnschotiger habe ihn ich habe ein 70er ich komme ich habe stinkig ist schlimm wenn ich habe es drauf jetzt drauf hier 555 unterschieden die schießen runter ist so wohnen spiel ja ich könnte er könnte ich nicht er hat so ein bord gegeben was macht er für 90 was ich sehe es holy schüt的 oh mein gott ich habe ihn so hops genommen oh mein karte meine karte meine karte wo 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 da ich kann ich springen und ich möchte mich einfach sofort schon selber machen das einfach alles unterschieden erfährt der rutsche runter sieben leute und ich kann die runde so peinlich ist aber egal ist halt ist halt unser humor ist okay ich habe einfach mal so wenn die uns nicht annehmen dann sollen einfach gehen das ist aber ich glaube das ist schon eine geistige behinderung das definitiv hier ist der schwempel wenn ich kaputt machen ok lebt ja noch ich bin schon mal den tag mein hut wobei ich doch zum end da wie geil schlampen kommt zu papi ja das ist deine nicht ganz bemerksam ist ja die müde zu haben jetzt nicht so verarscht geben also jetzt vielleicht bin ich habe selber fast gar nichts aber okay hälfte kann ein bg geben ich habe zwei klopfen ja die mann von gegner hätte ich jetzt nicht gedacht habe ich ihnen nicht gegeben ich will die gegner holen ja hat schott man schott mit spaß ich habe auch mal kurz 1000 den schuss hatte der viele mit ja ich habe jetzt nur noch der dahinten dann weil der hat den grab lauer und hier im tisch jetzt habe ich viele mit für ein baufeil oh mein gott gut gelasert hätte der mich nicht gelesen könnte ich gelesen habe ich wurde gelasert ja aber der andere das sind zwei gegner glaube ich die beiden auf mich die ganze machen ja ich habe geschossen habe ich nicht einfach falsch an hinter dir shipwreck war noch weiter oh mein gott der ist one shot digger das ist alles 1 keine ahnung was ist passiert so habs genommen aber du hast ihn nicht gegeben deswegen habe ich ihn getötet ja oh mein gott egal wir haben ihn so habs und so stippe die null kills ja ist ja nicht so dass es schon welche gesnipte und so naja ich habe sechs kills stimmt wenn man gut wird werden die kürze abgezogen die kürze abgezogen werden bei jahren geht und nicht